In diesem Video seht ihr einen eher Low-Budget-Verbund von Veko Feuerwerk in Action und zwar den Final Showdown für knapp 30 Euro. Diesen bekommt ihr Silvester 2022 bei Aldi zu kaufen, Kaliber leider nur bis 13mm, aber muss ja nicht unbedingt etwas heißen. Ob ihr überzeugen könnt, davon könnt ihr euch jetzt selbst ein Bild machen. Kaliber Kaliber Sollte Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020